Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, die Welt ist nicht mehr dieselbe. Ich denke, es gibt wohl kein Herz, das in diesen Tagen und Wochen nicht aufgewühlt ist und keinen Kopf, der nicht grübelt, was werden wird. Aber wir haben einen Alltag, Jobs zu erledigen, liebe Menschen und Tiere, um die wir uns kümmern müssen und viele von uns helfen ja auch schon aktiv. Es muss also weitergehen. Deswegen schaue ich für den April wieder in eure Konstellationen, für euren Alltag, für die Liebe und was sonst noch wichtig ist. Und darum geht es in diesem Podcast und Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Die Timecodes zu euren Sternzeichen-Horoskopen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Bitte ein bisschen scrollen bis unter den Horoskope-Shop. Gleich schauen wir in die aktuellen Konstellationen. Es passiert nämlich diesen Monat wieder viel Wichtiges. Wir haben zwei Neumonde, die Lilith wechselt das Zeichen und der Monat endet mit einer partiellen Sonnenfinsternis. Das schauen wir uns gleich an, aber jetzt möchte ich erst mal die Gewinnerin aus der Verlosung im März bekannt geben. Gewonnen hat Alexandra Schweizer. Herzlichen Glückwunsch, liebe Alexandra. Bitte sende uns eine Mail mit deinen Geburtsdaten und denen deines Partners an service-at-antonialangsdorf.com und wir schicken dir ein Partnerhoroskop. Und auch im April habe ich wieder eine schöne Rabattaktion für euch. Wir bekommen nämlich eine sehr gefühlvolle und romantische Konstellation. Dadurch können wir trotz aller Schwierigkeiten auf der Welt starke Liebesgefühle empfinden und spüren den Wunsch zu flirten und die Liebe auszuleben. Aus diesem Anlass gibt es 30 Prozent Rabatt auf mein schriftliches Partnerhoroskop, das euch zeigt, wie ihr mit eurem Wunschpartner zusammenpasst. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. In der Verlosung gibt es diesen Monat ein Geburtshoroskop zu gewinnen und zwar unter allen, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos im Service-Teil. Jetzt schauen wir in die aktuellen Konstellationen und anschließend findet ihr dann die Tendenzen für euer persönliches Sternzeichen. Die Welt hat sich auf einen Schlag verändert und auch mein Leben. Ich habe auf einmal eine Familie bekommen, denn ich habe Gäste aus der Ukraine bei mir aufgenommen. Eine Mutter mit drei Kindern, das jüngste drei Monate alt. Wir haben schon mit dem mittleren Sohn Geburtstag gefeiert und sein Vater ist extra aus der Ukraine zu Besuch gekommen. Inmitten des Kriegswahnsinns entstehen überall die schönsten neuen Freundschaften und wir erleben eine zutiefst bewegende Hilfsbereitschaft. Das ist die Kraft der Jupiter-Neptun-Konjunktion in den Fischen in diesen Wochen, verstärkt durch den Neumond vom 2. März. Wir wollen helfen und wir finden Wege, es zu tun. Und diejenigen, die vielleicht nicht die Mittel haben, unterstützen die anderen mit Gebeten und senden gute Wünsche und Segnungen, die in unseren Herzen ankommen. Wenn ihr euch speziell für die wirtschaftlichen und weltpolitischen Tendenzen interessiert, möchte ich euch die deutsche Homepage meines Ehemanns Ray Merriman empfehlen. Der ist spezialisiert auf Wirtschaft und geopolitische Themen und gibt jeden Freitag einen kostenlosen Newsletter zu dem Thema heraus. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Auch alle Artikel und Veröffentlichungen von Astrodata und Claude Weiss aus der Schweiz sind sehr empfehlenswert jetzt in der Lage. Dann gibt es einige nicht-astrologische Podcasts, mit denen ihr euch ausgezeichnet über die Lage informieren könnt. Das ist eine gute Alternative zu den schrecklichen Bildern in den täglichen Nachrichten für alle, die dafür zu sensibel sind, aber trotzdem wissen möchten, was vor sich geht. Ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Und es gibt da auch noch ein paar Links für die Seele, um sich zwischendurch zu erholen. Der April beginnt mit einem superwichtigen Neumond im Widder, gleich am 1. des Monats morgens um 8.24 Uhr. In enger Verbindung dazu steht Chiron, der verwundete Heiler. Und das ist wohl das Zeichen für den Schmerz und die Verletzungen der Welt, die durch diesen Krieg über uns gekommen sind. Doch Chiron ist auch ein Symbol dafür, dass wir durch eine solche Verletzung neue Wege der Heilung finden bzw. finden müssen und dass wir mehr Verständnis für die Nöte derer entwickeln, die schlimmer dran sind als wir selbst. Weil Chiron im Kampfzeichen Widder steht, bedeutet das wohl auch, dass wir im kommenden Mondzyklus weiteren Schmerz durch Kampfhandlungen erleben werden. Auch Kommunikationsplanet Merkur steht direkt dabei im Widder. Und da muss ich dann dran denken, dass auch immer von einem Krieg der Informationen gesprochen wird. Verletzende Worte sind hier angezeigt, aber auch die Chance, dass schonungslos Wahrheiten aufgedeckt werden. Und das wiederum kann Heilungsprozesse in Gang setzen, auch wenn diese wahrscheinlich Opfer fordern oder man muss ja sagen, weitere Opfer fordern. Auf der anderen Seite ist in diesem Mondzyklus immer noch die wundersame Verbindung von Jupiter und Neptun wirksam und zwar mit Höhepunkt am 12. April. Das stärkt die Hilfsbereitschaft, den Zusammenhalt, den Wunsch nach Frieden und friedliche Proteste. Weil die Ereignisse sich zurzeit überschlagen, werde ich versuchen, euch auch in Livestreams über die Bedeutung der aktuellen Konstellationen auf dem Laufenden zu halten. Ich plane jetzt einen Livestream für den 29. März und der wird etwas ganz Besonderes. Da interviewe ich nämlich Ray Merriman zur Weltlage. Ich bin ja auf dem Weg in die USA und also morgen dann und wir machen das dann live von Arizona aus. Das Interview wird auf Englisch sein, aber es wird deutsche Untertitel geben. Also bleibt dran und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst. Kommen wir nochmal zu den Konstellationen für den April, denn da gibt es noch einige wichtige Entwicklungen. Am 5. April geht die Venus für den Rest des Monats in die Fische. Das dürfte unser Mitgefühl und die Hilfsbereitschaft der Menschen nochmal verstärken. Und es ist auch für unsere privaten Beziehungen eine angenehme und liebevolle Energie. Rund um den 10. April bildet Götterbote Merkur einen harten Aspekt zum Machtplanet Pluto. Der könnte schlechte Nachrichten oder laute Drohungen anzeigen. Gleich danach, am 11. April geht der Merkur in den Stier. Das wäre normalerweise kein Problem, nur wird er dadurch Konfliktaspekte mit den Politikplaneten Saturn und Uranus bilden. Das bringt dann vermutlich auch wieder einige schwierige Nachrichten. Doch das wird möglicherweise ausgeglichen, denn am 12. April wird die Jupiter-Neptun-Konjunktion exakt, auf die ja viele Hoffnungen gesetzt werden. Claude Weiß meinte in seinem brillanten Astrologie-Vortrag über Putins Krieg, dass diese Konstellation Wunder bewirken kann, und zwar auf eine Art und Weise, die kaum vorherzusagen ist. Damit hätten wir also zu Ostern nochmal ein deutliches Zeichen der Hoffnung am Himmel. Die Tage bis zum 20. April werden dann ziemlich aufregend. Die Sonne wird über Ostern eine Spannung zum Machtplanet Pluto bilden, und deshalb steht auch der Vollmond am Ostersamstag, den 16. April, im harten Aspekt zum finsteren Pluto. Zur Erinnerung, der russische Krieg ging los, als Kampfplaneten Mars sich mit Pluto verbunden hat, und das bedeutet Kampf um die Macht. Und jedes Mal, wenn diese Woche eine Mondphase den Pluto aspektiert, werden diese destruktiven Kräfte wieder aktiviert, leider. Zum Glück stehen uns weiterhin Glücksplanet Jupiter und Spiritualitätsplaneten Neptun und auch Liebesplanet Venus zur Seite. Wahrscheinlich wird es über Ostern große Friedensmärsche geben, und die spirituellen Kräfte aus aller Welt werden sich zusammentun, um gemeinsam Impulse für den Frieden zu setzen. Während der Vollmondphase wechselt auch der Mars das Zeichen und wandert in die Fische. Das könnte mit einer anschließenden Erleichterung einhergehen, denn in den Fischen kann Mars nicht so hart kämpfen. Wenn wir Glück haben, stärkt er im Gegenteil die spirituellen Kräfte. Wenn nicht, kann ein Mars in den Fischen auch versteckte und unsichtbare Feinde anzeigen. Das könnte ein Wiederansteigen der Corona-Problematik mit sich bringen, und denkbar sind auch noch andere Dinge, die ich hier lieber gar nicht ansprechen will. Lasst uns lieber hoffen, dass Mars in den Fischen ein Zeichen für mehr Frieden ist. Wir können uns das zu gegebenen Zeit gerne noch mal im Livestream genauer angucken, dann wissen wir mehr. Denn die Konstellationen beinhalten immer mehrere Potenziale, sich zu entfalten. So viel kann ich auf jeden Fall sagen, wenn beide Liebesplaneten in den Fischen sind, ist das sicherlich gut für unsere privaten Beziehungen und für ein liebevolles und hilfsbereites Miteinander. Gemeinsam mit Jupiter und Neptun fördern die Konstellationen romantische Gefühle und Flirts. Die beste Zeit sind dahingehend die letzten zehn Tage des Monats. Über Ostern am 15. April passiert aber noch was sehr Wichtiges. Dann wechselt nämlich die Lilith, Göttin der wilden Weiblichkeit, der Naturkraft und der Urinstinkte, in den Krebs. Neun Monate wandert sie dann durch den Krebs, das Zeichen des Mondes, Symbol für Gefühle, Heimat und Familienthemen. Weiblichkeit, Mutterschaft und Familie werden dann eine Neubewertung erfahren und erscheinen in einem ganz neuen Licht. In dem Zusammenhang muss ich daran denken, dass jetzt so viele Frauen mit ihren Kindern aus der Ukraine auf der Flucht sind, auf sich gestellt, während ihre Männer ihr Land verteidigen. Da spielen sich unfassbare Dramen ab. Das Schicksal dieser Frauen und Familien empfinde ich als sehr stark der Lilith im Krebs zugehörig, denn Lilith ist auch die Schutzpatronin der traumatisierten Frauen. Das ist aber ein sehr großes und wichtiges Thema, deshalb werde ich das nochmal in einem Extra-Special beleuchten. Wie sich Lilith im Krebs in eurem Horoskop auswirken kann, das erfahrt ihr nachher in den einzelnen Sternzeichen-Videos. Am 20. April um 4.24 Uhr in der Früh geht die Sonne dieses Jahr in den Stier und die Stiersaison beginnt. Normalerweise ist das ja immer eine schöne Jahreszeit und ich hoffe, dass wir Inseln der Glückseligkeit finden, um den Frühling zu genießen. Im Privatleben dürfte uns das wahrscheinlich gelingen, obwohl rund um den 24. April nochmal frustrierende Nachrichten aus der Politik zu erwarten sind. Trotzdem ist ein vorsichtiger Optimismus erlaubt, weil die Liebeskonstellation zwischen Venus, Jupiter und Neptun sich konstruktiv mit Machtplanet Pluto verbindet. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass sich in der Welt etwas in positive Richtung tut. Für die Liebe sind das jedenfalls schöne Tage. Der April klingt aus mit einem zweiten Neumond, nämlich im Stier am 30. April um 22.27 Uhr direkt zum Tanz in dem Mai. Und das ist dann auch eine partielle Sonnenfinsternis. Sie erhöht gewissermaßen den Druck, neue Zukunftsperspektiven zu finden und neue Wege zu gehen angesichts des wirtschaftlichen und moralischen Desasters, in dem wir uns jetzt befinden. Sie eröffnet auch die Möglichkeiten für neue Allianzen, die helfen können, wirtschaftliche Probleme auf neue Art anzugehen. Auch was die Umweltfragen angeht, müssen wir ja zu neuen Lösungen finden und alles das wird durch das Zeichen Stier angeregt. Dazu mache ich aber auch nochmal ein Special und das schauen wir uns im nächsten Neumond-Livestream ganz genau an. Der Tanz in den Mai ist ja gleichzeitig auch Beltane, das alte Fruchtbarkeitsfest der Göttin. Und wieder mal bin ich unsicher, was ich euch dazu sagen kann. Das ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, in dem der Tanz in den Mai von schwierigen Ereignissen überschattet wird. Die Konstellationen sind eigentlich vielversprechend für Festivitäten. Wenn wir den Grund und die Freiheit dazu haben, werden wir bestimmt ausgiebig feiern. Denkbar ist auch, dass wir, wie schon bei Karneval, den Tanz in den Mai in Friedensdemos und Kriegsproteste umwandeln. Wir werden sehen. Dazu und zur Deutung des Neumondes wird es auf jeden Fall auch wieder ein ausführliches Live-Special geben. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im April. Jetzt schauen wir in die Sterne für die zwölf Sternzeichen und beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Und denkt dran, wenn ihr ein anderer Aszendent seid, lohnt es sich, auch das Video dafür anzuschauen. Hallo, ihr wunderbaren Wiedergeborenen und Wiederaszendenten und von Herzen alles Gute, wenn ihr im April Geburtstag habt. Ob spirituell oder ganz normal im Alltag, ihr könnt diesen Monat viel bewirken, für andere und für euch selbst. Bevor wir in euer Horoskop einsteigen, hier noch ein Tipp. Anlässlich der Liebeskonstellationen im April gibt es einen schönen Romantik-Rabatt von 30 Prozent auf das Partnerhoroskop. Falls ihr also jemanden kennengelernt habt, würde sich das lohnen. Jetzt schauen wir in eure Sterne. Der Monat beginnt mit dem Neumond im Witter am 1. April morgens um 8.24 Uhr. Das ist für euch der wichtigste Neumond des Jahres. In ihm steckt vor allem das Thema Verletzlichkeit und Heilung. Die Entwicklungen der Welt oder auch in eurem persönlichen Leben können euch in Kontakt mit eurem wunden Punkt bringen, wo ihr euch schwach und verletzlich fühlt. Vielleicht gibt es auch einfach ein Gesundheitsproblem. Jedenfalls ist dieser Neumond sehr gut geeignet, um da hinein zu spüren und herauszufinden, wie ihr euch stärken könnt oder wo ihr Hilfe bekommt. Und das liegt daran, dass der Neumond direkt in Verbindung mit heiler Planet Chiron steht. Da sich der Widder gerne stark fühlt und gerne für etwas kämpft, kann es euch auch durchaus helfen, wenn ihr euch fordert und für Herzensprojekte oder auch für Hilfsbedürftige einsetzt. Vielleicht verspürt ihr nun auch den Wunsch, etwas Gutes zu tun, weil euch Chiron empfindsam für das Leid anderer macht. Spürt doch da mal rein zu Neumond oder bittet einfach um Heilung und Verbesserung bei euren ganz persönlichen Angelegenheiten. In der ersten Woche des Monats stehen eure Sterne recht gesellig. Trotzdem zeigen die Konstellationen auch, dass so manchem Widder jetzt nicht nach Feiern zumute ist. Vielleicht seid ihr zurückhaltend wegen einer neuen Verantwortung oder auch aufgrund der Notwendigkeit zu sparen. Aber bestimmt werden Freunde sich zum Geburtstag melden oder auch ganz unerwartet vor der Tür stehen. Am 5. April zieht sich die Venus in die Fische zurück. Dann spielt die Liebe sich mehr innerlich ab oder auch im Stillen. Wenn ihr fest liiert seid, habt ihr vielleicht das Bedürfnis, euch mit euren Liebsten zurückzuziehen. Wenn ihr flirtet, kann es sein, dass das Objekt eurer Begierde schwer erreichbar ist. Oder ihr schwärmt innerlich für jemanden, ohne dass im Außen etwas passiert. Diese Phase dauert bis zum 2. Mai. Das gilt jetzt vor allem für die Widder Aszendenten. Gegebenenfalls schaut in Sachen Liebe auch nochmal in das Video eures Aszendentenzeichens, wenn ihr einen anderen Aszendenten habt. Beruflich habt ihr im April, vor allem in den ersten beiden Wochen, einen guten Lauf. Also falls es vor Ostern noch wichtige Projekte gibt, zögert nicht, die zu erledigen. Vielleicht habt ihr euch auch privat vieles vorgenommen. Unterstützung scheint dabei von guten Freunden zu kommen, die ihr schon lange kennt. Für finanzielle Angelegenheit ist die Zeit vom 11. bis 20. April günstig. Da solltet ihr bei guten Gelegenheiten schnell zuschlagen, sei es ein Schnäppchen oder vielleicht auch die Möglichkeit, an staatliche Unterstützung zu kommen. In dieser Zeit kann auch Geld von ganz unerwarteter Seite kommen, vielleicht durch einen kleinen Gewinn. Am 16. April ist Vollmond in der Waage und die ganze Vollmondphase mit zwei, drei Tagen vorher und nachher ist für eure Beziehungen angespannt. Besonders die Geborenen der dritten Dekade müssen dann aufpassen, dass es nicht zum Streit kommt. Der könnte sonst sehr destruktiv werden. Wenn ihr unruhig seid, sucht nach Wegen, diese Spannungen abzubauen, zum Beispiel durch Sport oder eben auch, indem ihr bei einer guten Sache mit anpackt. Das auch deswegen, weil euer Herrscher Mars mit diesem Vollmond in die Fische wechselt. Das ist eine gute Konstellation für tatkräftige, selbstlose Hilfe. Für Wiedergeborene sind sinnvolle Aktivitäten das beste Mittel gegen Ängste und Depressionen. In der Vollmondphase wechselt auch die wilde Lilith das Zeichen und geht in den Krebs. Sie steht dann für neun Monate in Spannung zu euch. Sie zeigt, dass ihr mit Menschen oder Ereignissen zu tun habt, die euch herausfordern und provozieren. Dadurch können verdrängte Gefühle ins Bewusstsein aufsteigen, die jetzt angeschaut und integriert werden wollen. Das wird wahrscheinlich ausgelöst durch Situationen in der Familie, durch MitbewohnerInnen oder auch durch eine neue Liebesaffäre. Ihr könnt das auch ausführlich im Jahrbuch nachlesen. Am 20. April um 4.24 Uhr in der Früh verlässt die Sonne euer Zeichen und geht in den Stier. Und vom 25. bis Ende des Monats habt ihr gute Finanzaspekte. Das könnte auch wichtig werden, wenn ihr angesichts der Weltlage eure Investitionen nochmal neu überdenken oder umschichten wollt. In den Finanzbereich fällt dann auch der zweite Neumond des Monats mit der Sonnenfinsternis im Stier am 30. April. Mehr dazu erfahrt ihr dann im nächsten Video. Das waren eure Tendenzen im April und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Alle Texte zu diesem Video als Monatshoroskop gibt es als PDF-Dossier zum Download für kleines Geld auf meiner Homepage. Alles Gute mit den Sternen! Hallo ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im April Geburtstag habt. Falls euch die Frühlingsgefühle überkommen, habe ich einen Tipp für euch. Mein schriftliches Partnerhoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30% Romantik-Rabatt. Da könnt ihr schauen, wie ihr mit eurem Schwarm zusammenpasst. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Sterne und fangen an mit dem Neumond im Widder am 1. April. Dieser Neumond kann eure spirituellen Kräfte wecken und eignet sich gut für eine Heilmeditation. Falls ihr euch auch schon mal überlegt habt, mit dem Meditieren zu beginnen, würde sich dieser Neumond sehr gut dafür eignen. Vielleicht braucht ihr aber auch einfach nur mal ein bisschen Zeit für euch und da könnt ihr euch dann vornehmen, mehr Raum für Rückzug für euch zu kreieren. Das kann gerade in diesem Monat wichtig werden, denn an Aufgaben und Aufregungen mangelt es nicht. Saturn, Mars und Venus stehen bei euch im Karrierehaus und wahrscheinlich habt ihr beruflich viel zu tun. Vor allem geht es jetzt darum, Entscheidungen zu treffen, wahrscheinlich noch vor Ostern. Oder ihr habt wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Ich kenne zwei Stiergeborene, die Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufgenommen haben und da gibt es viel zu organisieren. Gleichzeitig steht Uranus längerfristig bei euch im Stier und viele von euch erleben, dass sie nicht mehr so viel Planungssicherheit haben wie früher und sich häufig umstellen müssen. Da war der März wahrscheinlich ziemlich anstrengend. Es kann sein, dass ihr im April in einen besseren Fluss kommt und die Dinge sich leichter fügen. Das spürt ihr wahrscheinlich ab dem 5. April, wenn die Venus in die Fische geht und sie steht dann bis Anfang Mai sehr günstig für euch. Ab dem 11. kommt dann auch noch Geschäftsplanet Merkur vorteilhaft dazu. Das bedeutet, ihr erhaltet Unterstützung und Zusammenhalt seitens eurer Freunde und auch eures privaten und beruflichen Netzwerks. Auch wenn ihr viel mit Social Media arbeitet, läuft es gut für euch. Wichtig ist, dass ihr in den Austausch geht und mit anderen über eure Angelegenheiten sprecht. Gemeinsam könnt ihr jetzt viel erreichen. In der Liebe und in eurem Privatleben fördern die Aspekte persönliche Freundschaften. Wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr euch, falls möglich, gemeinsam mit eurem Schatz im Freundeskreis oder für eine sinnvolle soziale Aufgabe engagieren. Das stärkt auch den Zusammenhalt in der Beziehung. Für alleinstehende Stiere sind die Flirtsterne vielversprechend. Aber ihr müsst euch sichtbar machen und den Kontakt suchen. Und das kann auch über Flirt-Apps und über das Internet funktionieren. Ab dem 15. April, das ist der Ostersamstag, geht die wilde Lilith in den Krebs und bildet für neun Monate anregende Aspekte zu euch. Das weckt euer Interesse an ungewöhnlichen und provokanten Menschen und deren Ideen. Vielleicht werdet ihr auch offener dafür, neue Dinge zu lernen, nicht weil sie euch nützen, sondern einfach, weil sie euch inspirieren. Vom 14. bis zum 18. habt ihr außerdem einen sehr guten Finanzaspekt, sei es für Verhandlungen oder einen kleinen Gewinn oder wenn es darum geht, angesichts der schwierigen Finanzlage euer Erspartes neu zu ordnen. Das sind auch gute Tage, um trotz Preissteigerung ein Schnäppchen zu machen. Am Ostersamstag, den 16. April, haben wir Vollmond in der Waage und der beleuchtet erneut die Heilungs- und Gesundheitsthemen vom Neumond zu Beginn dieses Monats. Auch diese Mondphase könnt ihr für ein Mondritual oder eine Meditation nutzen. Es kann aber sein, dass es sehr unruhig wird und möglicherweise sind Menschen in eurer Umgebung besonders nervös oder brauchen Hilfe. Wenn ihr Osterpläne habt, solltet ihr darauf achten, dass ihr auch ein bisschen Freiraum für euch selbst lasst und nicht die gesamte Zeit verplant. Wenn ihr jedoch mit netten Leuten zusammen seid, kann es durchaus ein anregendes Osterfest werden und vielleicht bekommt ihr auch unerwarteten Besuch von lieben Menschen. Am 20. April um 4.24 Uhr in der Früh geht die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen Stier und schenkt euch für vier Wochen Vitalität und Lebensfreude. Bis zum Monatsende sieht es richtig gut für euch aus. Ihr seid super beliebt und könnt euch zu eurem Geburtstag über mangelnde Aufmerksamkeit nicht beklagen. Es könnte nur sein, dass ihr gleich nach Ostern wieder stark gefordert seid. Am 30. April ist Neumond im Stier, der für euch wichtigste Neumond des Jahres und zugleich auch eine partielle Sonnenfinsternis. Wenn ihr zwischen dem 25. April und dem 5. Mai Geburtstag habt, zeigt das große und wichtige Veränderungen in eurem Leben an. Ein beruflicher Wechsel, eine neue Partnerschaft oder ein Umzug oder mehreres davon zugleich. Aber das schauen wir uns im nächsten Video noch genauer an und lest es sonst auch bitte noch mal im Jahrbuch genau nach. Das waren eure Tendenzen im April und die Texte zu diesem Video könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das PDF-Dossier zum Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Falls euch Liebesthemen beschäftigen, habe ich einen Tipp für euch. Es gibt jetzt das schriftliche Partnerhoroskop als PDF mit 30% Romantik-Rabatt. Darin könnt ihr erfahren, wie ihr zu eurem Schwarm passt und den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Sterne und wir beginnen mit dem Neumond im Widder am 1. April. Der fällt für euch ins Freundschaftshaus. Vielleicht gibt es in einer Freundschaftsangelegenheit etwas zu klären oder zu heilen. Vielleicht erhaltet ihr aber auch heilsame Impulse seitens eurer Freunde. Oder ihr möchtet euch nun gesellschaftlich oder politisch engagieren, um zu helfen und wünscht euch eine Verbesserung der Situation. Für all diese Themen könnt ihr den Neumond nutzen, um eure Wünsche zu formulieren und Pläne zu machen. In der Liebe habt ihr in der ersten Woche des Monats sehr prickelnde Impulse von Venus und Mars. Doch dann verschiebt sich diese Energie mehr so Richtung berufliches Engagement. Am 5. April geht die Venus in euer Karrierehaus, wo auch schon Glücksplanet Jupiter und der spirituelle Neptun stehen. Das ist jetzt besonders schön für alle Zwillingegeborenen, die in einem helfenden oder heilenden Beruf arbeiten. Oder auch, falls ihr mit Medien zu tun habt oder einer kreativen Beschäftigung nachgeht. Dann seid ihr wahrscheinlich für den Rest des Monats sehr inspirierend. Es kann auch gut sein, dass zu Beginn des Monats neue Aufträge und Aufgaben hereinkommen. Für die Liebe heißt das, dass sich Flirts und Liebeleien im beruflichen Zusammenhang ergeben können. Wenn ihr also auf der Suche seid, haltet die Augen offen. Für eure festen Beziehungen scheint es eher so auszusehen, als ob viel Energie und Liebe in berufliche Aufgaben geht. Und offenbar unterstützt euer Schatz das auch, solange ihr genug Zeit für euer Privatleben erübrigt. Ausgerechnet zu Ostern betritt auch der Mars euer Karrierehaus. Und zwar am 15. Und so könnte es sein, dass ihr gar nicht so viel Urlaub machen könnt, wie ihr wollt, weil wichtige Aufgaben anstehen. Oder vielleicht fragt man euch auch, ob ihr einspringen könnt. Und das könnte sich sogar lohnen, denn zugleich gibt es lukrative berufliche Tendenzen. Die Freiberufler nehmen vielleicht kurz vor Ostern noch einen Auftrag an und nutzen dann die freien Tage, um schon mal daran zu werkeln. Wenn ihr schon feste Osterpläne habt, solltet ihr euch mit euren Lieben absprechen, was jetzt wichtiger ist. Die Arbeit und die Karriere oder die freien Ostertage. Auf jeden Fall solltet ihr dann an einem Strang ziehen. Am 16. April ist Vollmond in der Waage. Der steht sehr schön für euch und legt nahe, dass ihr euch auf jeden Fall Zeit nehmen solltet für gemeinsame Aktivitäten mit euren Beziehungspartnern oder auch lieben Freunden. Das verspricht recht entspannt zu werden. Wenn ihr jedoch alleinstehend seid, kann es gut sein, dass ihr einen regelrechten Kreativschub bekommt und euch freut, dass ihr keine Rücksicht nehmen müsst, sondern an euren beruflichen oder Herzensprojekten arbeiten könnt. Das betrifft vor allem die Geborenen der dritten Dekade. Mit diesem Vollmond passiert noch was Wichtiges. Da wechselt nämlich am 15. die Lilith nach neun Monaten in den Zwillingen das Zeichen und zieht weiter in den Krebs. Das spürt ihr vielleicht, besonders wenn ihr in der dritten Dekade geboren seid, als eine Art Beruhigung. Irgendwie scheint dann jetzt wieder mehr Normalität einzukehren und der Drang, kompromisslos und eigenwillig das eigene Ding durchzuziehen, lässt nach. Vielleicht spürt ihr auch, dass ihr nun wichtige Themen, was eure Gefühle und Instinkte angeht, besser integriert habt. Lilith geht dann in euer zweites Haus des Geldes und der Wertvorstellung. Sie fragt euch, was euch Geld wirklich bedeutet. Unabhängigkeit? Selbstwert? Bei Investitionen wird es euch wichtiger, dass euer Geld auch Gutes tut oder ihr wollt die Arbeit von Freundinnen unterstützen. Am 20. April frühmorgens geht die Sonne in den Stier und zieht sich damit für euch etwas zurück. Es kann sein, dass ihr dann in den kommenden vier Wochen öfter den Wunsch verspürt, euch auszuruhen oder auch spirituellen Themen nachzugehen. Bis Ende des Monats müsst ihr euch wohl eure Zeit gut einteilen, denn der Kosmos fordert euch auf, gleich nach Ostern wieder vollen Einsatz zu bringen. Das lohnt sich, denn wenn ihr fleißig seid, versprechen die letzten zehn Tage des Monats finanzielle Gewinne. Am 30. April ist Neumond im Stier. Der steht sehr schön für alle Zwillinge Geborenen, die spirituell arbeiten. Und es ist Tanz in den Mai. Wir werden sehen, wie groß wir den feiern können. Für euch stehen die Sterne gut, um euch mit dem spirituellen Ursprung dieses Festes, nämlich Beltane, zu verbinden. Mehr Infos dann dazu im nächsten Monatsvideo. Das waren jetzt eure Tendenzen im April und den Text zu diesem Video könnt ihr auch nachlesen. Das PDF-Dossier zum Monatshoroskop gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ihr habt im April sehr schöne Sterne für die Liebe und dazu habe ich auch einen Tipp für euch. Das schriftliche Partnerhoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30% Romantikrabatt. Da könnt ihr dann schauen, wie ihr mit eurem Herzallerliebsten oder eurem neuen Flirt zusammenpasst. Den Link dazu findet ihr auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Sterne und wir starten mit dem Neumond im Widder am 1. April. Der fällt bei euch ins Karrierehaus und kann eine Vielzahl von Themen und Gefühlen auslösen. Seid ihr als typische Krebsgeborene empathisch und mitfühlend und angesichts der Weltlage recht verzweifelt und fragt euch, was ihr tun könnt, dann wünscht euch zu diesem Neumond, dass die richtige sinnvolle Aufgabe zu euch kommt, die ihr auch bewältigen könnt. Möglich auch, dass es beruflich eine Situation gibt, die euch an eure Grenzen bringt oder wunde Punkte berührt. Dann nutzt den Neumond, um euch darüber klar zu werden, was die Ursachen sein könnten und bittet um Hilfe und Stärkung bei eurem Problem. Wenn ihr fest angestellt seid und eure Jobsituation schwierig ist, dann ist es vielleicht der richtige Neumond, um euch nach einem neuen Job umzusehen. Wenn ihr nicht die Firma wechseln wollt, seid bitte in der Zeit vom 14. bis 20. April vorsichtig, nicht, dass es da zum Stress mit den Vorgesetzten kommt. Aber egal, was der Monat für berufliche oder auch seelische Herausforderungen mit sich bringt, ihr könnt euch ab dem 5. April und bis zum 2. Mai auf ein Liebeshighlight freuen. Wenn ihr festliiert seid, plant doch eine Liebesauszeit, zum Beispiel eine Reise zu zweit ans Meer oder an ein Gewässer. Dafür könntet ihr die Osterferien nutzen. Auch den Singles kann die Liebe auf Reisen begegnen, aber auch auf Fortbildungen oder im Rahmen eines gesellschaftlichen Engagements. Die Aspekte zeigen jedenfalls, dass ihr die Chance habt, eine wirklich große Liebe zu finden. Auch für Freundschaften oder falls ihr euch politisch oder privat in einer Interessengruppe engagiert, sind die Aspekte gut. Ihr trefft interessante Leute und habt das gute Gefühl, mit eurem Engagement etwas bewirken zu können. Über die Ostertage erlebt ihr eine spürbare Energiewende, alles rund um den Vollmond am Ostersamstag. Am 15. April wechselt der Mars in die Fische und unterstützt euch dann für sechs Wochen mit einer sanften, aber stärkenden Energie. Die nützt euch in jeder Hinsicht, beruflich und privat und auch gesundheitlich. Ebenfalls am 15. April wechselt die Lilith das Zeichen und das ist jetzt sehr wichtig, denn sie wandert zu euch in den Krebs. Sie wird euch dann in den kommenden neun Monaten nach und nach das Leben ein wenig aufmischen. Bis zum 13. Juli läuft sie jetzt erstmal durch die erste Dekade des Krebszeichens. Lilith im Krebs, das steigert euer Charisma und eure Ausstrahlung, macht euch aber gleichzeitig auch kompromissloser. Sie weckt Instinkte und Kräfte, die ihr vielleicht lange verdrängt habt, damit in euren Beziehungen Frieden und Harmonie herrschen. Möglicherweise bekommt ihr von euren Herzallerliebsten oder Familienmitgliedern gelegentlich zu hören, ihr wärt auf einmal schwierig. Aber dieser Prozess ist wichtig, um mehr Ganzheitlichkeit zu erlangen. Deshalb sorgt gegebenenfalls dafür, dass ihr den Freiraum habt, euch mit euch selbst zu beschäftigen. Zu Lilith im Krebs werde ich auch ein Special machen und es wird sicherlich auch in meinen Livestreams Thema sein. Wenn euch das interessiert, solltet ihr meinen Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und im Jahrbuch könnt ihr es auch nochmal ganz ausführlich nachlesen. Am 16. April ist Vollmond in der Waage. Der kann euch schon etwas nervös machen, besonders die Geborenen der dritten Dekade. Aber vielleicht liegt es nur daran, dass ihr Schmetterlinge im Bauch habt, denn eure Romantiksterne stehen fantastisch. In der zweiten Monatshälfte habt ihr übrigens gute Finanzaspekte. Es kann euch gelingen, trotz gestiegener Kosten einen ersehnten Urlaub zu finanzieren. Auch andere finanzielle Angelegenheiten stehen unter guten Sternen. Viele Krebse haben ja ein Händchen für Geld und Investitionen. Vielleicht zahlt sich das nun aus. Oder es ergibt sich die Gelegenheit für einen lukrativen Nebenjob. Am 20. April frühmorgens geht die Sonne in den Stier und aktiviert dann für die nächsten vier Wochen den Bereich eurer Freundschaften und eures beruflichen Netzwerks. Für den Rest des Monats habt ihr einen guten Lauf und vielleicht könnt ihr ja anderen mit Rat und Tat zur Seite stehen, denen es nicht so gut geht. Dazu passt auch der Neumond am 30. April, der in euer Freundschaftshaus fällt. Das schauen wir uns aber im nächsten Video noch näher an. Falls es wieder einen Tanz in den Mai gibt, erhaltet ihr bestimmt mehrere Einladungen dabei zu sein. Das waren eure Tendenzen im April und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Den Text zu diesem Video gibt es als PDF-Dossier auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Die romantischen Konstellationen des Monats unterstützen vor allem eure festen Beziehungen. Und falls ihr einen neuen Flirt begonnen habt, rückt ihr nun vielleicht näher zusammen und die Sache entwickelt sich Richtung Beziehung. Deshalb hier für euch ein Tipp. Das schriftliche Partnerhoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30% Romantik-Rabatt. Da könnt ihr schauen, wie euer Partner oder Schwarm zu euch passt. Den Link findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Sterne. Der Monat beginnt mit dem Neumond am 1. April im Widder und der weckt in euch das Fernweh. Das ist ein guter Neumond, um Reisepläne zu machen oder um Kontakt mit Bekannten oder Familie im Ausland aufzunehmen. Der Bezug zum Ausland kann euch auch zu einer neuen Initiative anregen, zum Beispiel Menschen in Not aktiv zu helfen. Auch heiler Planet Chiron steht dabei und das alles im günstigen Aspekt zu eurer Sonne. Ihr habt also gute Möglichkeiten zur Heilung einer schwierigen Situation in Bezug auf Auslandsthemen beizutragen. Über all das könnt ihr in der Neumond-Meditation nachdenken. Die Liebesplaneten stehen zu Beginn des Monats noch bei euch im Partnerhaus und zeigen Möglichkeiten, in Kontakt mit netten Menschen zu kommen oder diesbezüglich eine Verantwortung zu übernehmen. Allerdings kann der Mars im Partnerhaus auch Reibereien bei Treffen oder auch beruflichen Meetings anzeigen. Da waren schon die letzten Wochen wahrscheinlich recht anstrengend für euch. Aber die Spannungen legen sich jetzt langsam wieder. Am 5. April geht die Venus in die Fische und dann kommt eine sehr schöne Phase bis Anfang Mai für alle festen Beziehungen der Löwegeborenen. Ihr rückt zusammen, ihr haltet zusammen und ihr findet gegebenenfalls auch Wege, gemeinsam finanzielle Herausforderungen zu meistern. Beruflich herrscht immer noch einige Unruhe in der Firma oder auch hinsichtlich Entscheidungen in eurer selbstständigen Tätigkeit. Falls ihr das Bedürfnis verspürt, hier ein bisschen kürzer zu treten, solltet ihr am besten die Zeit vor Ostern nutzen, um es ruhiger angehen zu lassen. Gegebenenfalls müsst ihr eure freien Tage verteidigen, denn da haben wir eine Reihe von aufregenden Aspekten und ihr bekommt eventuell Anfragen beruflich einzuspringen oder einen Auftrag anzunehmen. Dann müsst ihr abwägen. Das kann sich nämlich lohnen. Ihr habt direkt nach Ostern und bis zum Monatsende günstige berufliche Tendenzen, die auch finanziell Gewinne versprechen, wenn ihr euch einsetzt. Die Zeit ist auch gut, um Gelder und Zuschüsse zu beantragen. Vielleicht erhaltet ihr auch unerwartet eine Ausschüttung, mit der ihr gar nicht mehr gerechnet hattet. Über Ostern, nämlich am 15. April, wandert der Mars aus dem direkten Stressaspekt zu eurer Sonne heraus in die Fische. Das spürt ihr dann bestimmt daran, dass im Kontakt mit Leuten eine gewisse Beruhigung und Entspannung eintritt. Ebenfalls am 15. wandert die Lilith in den Krebs. Sie befindet sich dann in den nächsten neun Monaten für euch in der Position der inneren Schamanin und kann sich durch Träume und Botschaften aus dem Unterbewusstsein bei euch melden. Das ist für die Arbeit mit Ritualen und spirituellen Themen sehr ergiebig und interessant. Am 16. April haben wir Vollmond in der Waage. Der steht sehr schön zu euch und möglicherweise tauchen dann Themen vom Neumond wieder auf, die mit Ausland, Abenteuer oder auch Hilfe und Heilung zu tun haben. Rechnet damit, dass Menschen um euch herum während dieser Vollmondphase und noch bis zum 18. April besonders nervös oder in einer schwierigen Lage sind und ihr eventuell als Helferinnen und Helfer gefragt seid. Am 20. April geht die Sonne frühmorgens in den Stier und aktiviert dann für vier Wochen euer Karrierehaus, in dem auch Uranus steht. Es kann gut sein, dass ihr in den letzten zehn Tagen des Monats wichtige Entscheidungen treffen müsst, die auch finanzielle Folgen haben und zwar durchaus positive. Möglicherweise müsst ihr schnell und beherzt eine gute Gelegenheit ergreifen. Das kann auch mit neuen wichtigen Leuten oder MitarbeiterInnen, vor allem Jüngeren zu tun haben. Auch wenn ihr mit FinanzpartnerInnen zusammenarbeitet, sind das vielversprechende und wichtige Tage, um gemeinsam Weichen für die Zukunft zu stellen. Da solltet ihr hellwach sein. Am 30. April haben wir den zweiten Neumond in diesem Monat und zwar im Stier und der fällt auch in euer Karrierehaus und betont diese Themen. Es lohnt sich also trotz Tanz in den Mai, falls dieser überhaupt gefeiert wird, euch in der Neumond-Meditation mit beruflichen und Karrierefragen zu beschäftigen. Mehr dazu erfahrt ihr im nächsten Monatsvideo. Das waren eure Tendenzen im April und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das PDF mit allen Texten dieses Videos gibt es als Dossier für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Astendenten. Ihr bekommt eine besonders schöne Liebesphase im April und habt bestimmt öfter mal die rosa Brille auf, die euch die Probleme der Welt ein wenig vergessen lässt. Vielleicht wäre dann auch mein schriftliches Partnerhoroskop als PDF etwas für euch. Das gibt es jetzt mit 30 Prozent Romantikrabatt und da könnt ihr dann schauen, wie ihr mit eurem Schwarm zusammenpasst. Und jetzt schauen wir in eure Sterne und beginnen mit dem Neumond im Widder am 1. April. Für euch fällt er in den Bereich eurer festen Beziehungen und gemeinsamen Finanzen, wo längerfristig auch heiler Planet Chiron steht. Jetzt mit dem Neumond gibt es da vielleicht etwas zu heilen. Ich habe ja schon in meinem Jahrbuch geschrieben, schaut doch mal, ob wiederkehrende Krisen ums Geld in eurer Partnerschaft vielleicht in Wirklichkeit etwas mit tiefer vorliegenden emotionalen oder seelischen Ursachen zu tun haben. Es lohnt sich, zu diesem Neumond solche Fragen anzuschauen. Auch eine Angelegenheit, die mit Erbschaft und Sorgerecht zu tun hat, kann euch beschäftigen und ihr könntet in einem Neumondritual um Hilfe und Heilung bitten. Angesichts der Weltlage ist es auch möglich, dass ihr über eure Verträge und Investitionen nachdenkt. Vielleicht gibt es da in diesem Monat etwas umzuschichten oder aufzulösen. Günstige Finanzaspekte vom 15. April bis Ende des Monats unterstützen euch dabei, gute Lösungen zu finden und auch, falls ihr eine wichtige Anschaffung tätigen wollt. Für euer Liebesleben stehen die Sterne insgesamt sehr gut, auch zum Flirten und für süße Liebesbotschaften. Falls ihr euch sozial einsetzt, trefft ihr dabei ebenfalls interessante und vielversprechende Leute. Am 5. April geht die Venus in die Fische und damit bis Anfang Mai durch euer Partnerhaus. Das verstärkt eure romantischen Tendenzen. Sie trifft sich dann mit Neptun und der ist auch der Planet der selbstlosen Liebe und Hilfe. Bestimmt sind einige von euch jetzt im Einsatz, um Menschen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Auch der Auslandsbereich in eurem Horoskop wird vom Kosmos aktiviert und ihr seid geneigt, spontan einzuspringen und Hilfe anzubieten und überrascht euch damit womöglich selbst. Wenn ihr das macht, wird euch das sicherlich mit einem tiefen Sinn erfüllen. Achtet aber trotzdem darauf, eure Hilfsmöglichkeiten realistisch einzuschätzen, denn es kann euch passieren, dass ihr mehr zusagt, als ihr von der Kraft her einhalten könnt. Beruflich könnte der Monat etwas stressig starten und manche Anforderungen scheinen eure Kräfte unnütz zu vergeuden. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr euch nicht von Kollegen deren Arbeit aufs Auge drücken lässt. Bis Ostern lässt das aber nach und ihr seid bestimmt froh, wenn ihr ein paar freie Tage habt, die ihr mit lieben Menschen verbringen könnt. Eine spontane Reise in die Sonne würde übrigens unter guten Sternen stehen, wenn nicht Umstände dagegen sprechen. Während der Ostertage am 15. April wechselt der Mars in die Fische und läuft dann für sechs Wochen durch euer Partnerhaus. Das ist super zum Flirten, kann aber auch Begegnungen anzeigen, die euch ein bisschen nerven und herausfordern. Da müsst ihr dann entscheiden, ob es jemand im Grunde nett mit euch meint oder ob ihr lieber auf Abstand geht. Am gleichen Tag wechselt auch die Lilith das Zeichen und geht für die nächsten neun Monate durch den Krebs. Sie steht dann im Freundschaftsaspekt und schickt euch interessante Leute, die euch zum Nachdenken anregen. Vielleicht auch darüber, ob ihr euch stärker politisch und gesellschaftlich engagieren wollt. Am 16. ist Vollmond in der Waage. Der aktiviert erneut die Themen vom Neumond. Was gibt es in euren Beziehungen, auch in finanzieller Hinsicht, zu heilen? Das Thema könnt ihr nun nochmal aufgreifen, vielleicht in einem Ritual oder im Gespräch mit dem oder der Herz aller Liebsten. Aber bitte keine Konfliktgespräche, denn in dieser Vollmondphase sind viele sehr beunruhigt und nervös. Am 20. April geht die Sonne frühmorgens in den Stier und dann sendet sie vier Wochen stärkende Vitalenergien in euer Zeichen. Das ist gut für Sport, Reisen und auch den Beginn neuer Projekte. Und das kann auch ein Flirt sein, denn ihr habt eine super romantische Liebesphase vom 21. April bis zum 2. Mai, die euch bestimmt von vielen Sorgen ablenken kann. Es könnte ein sehr romantischer Tanz in den Mai werden, wenn wir ihn entsprechend feiern wollen oder können. Der zweite Neumond des Monats am 30. April steht im Stier und aktiviert euer Fernweh und wichtige Auslandsthemen. Mehr dazu dann im nächsten Video. Das waren eure Tendenzen im April und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Alle Texte zu diesem Horoskop gibt es als Dossier für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Aszendenten! Der Neumond im Widder am 1. April aktiviert euer Partnerhaus. Es wird ein wichtiger Monat für Beziehungsfragen. Vielleicht ist daher meine aktuelle Rabattaktion für euch von Interesse. Es gibt das schriftliche Partnerhoroskop als PDF jetzt mit 30% Romantik-Rabatt. Darin erfahrt ihr, wie ihr mit Partner oder Partnerin zusammenpasst. Jetzt schauen wir in eure Sterne und der Monat beginnt, wie gesagt, mit einem Neumond im Widder, der sehr wichtig für euch ist. Er steht in eurem Partnerzeichen und in enger Verbindung mit heiler Planet Chiron. Das bedeutet, dass ihr im kommenden Mondzyklus, aber auch in den nächsten zwölf Monaten, als wichtiges Grundthema Heilung durch und mit Partnerschaften und Begegnungen habt. Allerdings heißt das auch, dass Begegnungen und Partnerschaften an eure Wunden Punkte rühren und euch sehr unter die Haut gehen können. Darin enthalten ist jedoch das Potenzial, dass ihr und die betreffende Person ein wichtiges Thema miteinander heilen könnt. Deswegen solltet ihr euch in der Neumond-Meditation auf eure Partnerschaft und Beziehungsthemen konzentrieren. Und wenn ihr alleinstehend seid, bietet dieser Neumond die Gelegenheit, mehr über den Grund dafür zu erfahren und vielleicht auch einen heilsamen Wunschpartner ins Leben zu ziehen. Bis zum 5. April unterstützt euch dabei auch die Venus und der Mars noch bis Mitte des Monats. Sie stehen jetzt noch günstig für die Geborenen der dritten Dekade und flankieren dabei Saturn. Durchaus möglich, dass ihr im Hinblick auf Beziehungsthemen eine wichtige Verantwortung übernehmt. Dafür eignet sich die erste Woche des Monats. Ab dem 5. April läuft die Venus durch die Fische. Dann werden Themen der Alltagsgestaltung und Gesundheitsvorsorge wichtig. In eurem Berufsalltag verspricht das einen recht angenehmen und freundlichen Ablauf und gute gegenseitige Unterstützung bis Ostern. Dann habt ihr wohl hoffentlich einige Tage frei und es würde sich anbieten, dass ihr diese Tage auch zum Ausspannen und für ein persönliches Wellnessprogramm nutzt. Kosmisch passieren derweil über Ostern wichtige Dinge. Am Karfreitag geht der Mars in die Fische und regt für sechs Wochen euren Gesundheitsbereich an. Wenn ihr zu Allergien neigt, kann das allerdings zu verstärkten Reaktionen führen. Am gleichen Tag wechselt die Lilith in den Krebs und läuft durch euer kosmisches Karrierehaus. Dabei bildet sie in den kommenden neun Monaten nach und nach zu allen vage geborenen herausfordernde Aspekte. Die regen euch an, kompromissloser euren Zielen im Leben zu folgen oder euch gewisse Dinge im Job nicht mehr gefallen zu lassen. Das kann schwierig sein, kann aber auch sehr befreiend wirken. Im persönlichen Erleben steigen vielleicht Empfindungen in euch auf, die ihr lange unterdrückt habt, um nach außen gut dazustehen. Nun geht es darum, Mut zu den eigenen Ecken und Kanten zu entwickeln. Das werden wir noch genauer in einem Special besprechen und ihr könnt es auch im Jahrbuch ausführlich nachlesen. Am Ostersamstag, den 16. April, ist Vollmond in der Waage und der beleuchtet eure Beziehungsthemen. Er aktiviert außerdem Machtplanet Pluto und zeigt an, dass es bei euch zu Hause zu Spannungen kommen kann, wer das Sagen hat. Dabei kann es um harmlose Dinge wie die Osterplanung gehen, aber auch um schwerwiegende wie Familiengeheimnisse oder Erbschaftsstreitigkeiten. Das betrifft vor allem die Geburtstagskinder der dritten Dekade. Die angespannte Atmosphäre beruhigt sich vermutlich spätestens am 20. wieder, wenn die Sonne in den Stier geht. Außerdem bildet dann eure Herrscherin Venus fortlaufende Harmonieaspekte und das ist in vieler Hinsicht günstig. Beruflich geht es voran und auch finanziell ergeben sich Chancen, vielleicht durch einen spontanen Nebenjob. Oder ihr stellt fest, dass eure laufenden Verträge finanziell noch einiges hergeben. Ihr könnt auch eine schlaue Investition tätigen oder festliegende Gelder flüssig machen. Angesichts der Weltlage ist da ja vieles in Bewegung und ihr solltet diese Aspekte nutzen, um eure Finanzen an die neuen Erfordernisse anzupassen. Es lohnt sich, wenn ihr euch nach Ostern für berufliche und finanzielle Themen Zeit nehmt. Auch in der Familie sieht es dann nach Einigung in strittigen Fragen aus und so kann der Monat recht harmonisch für euch ausklingen. Am 30. April, genau zum Tanz in den Mai, von dem wir heute noch gar nicht wissen, ob und wie der stattfinden wird, haben wir nochmal einen Neumond und zwar im Stier. Das signalisiert einen möglichen finanziellen Neubeginn oder auch spannende neue Entwicklungen in euren verbindlichen Beziehungen. Mehr dazu dann im nächsten Monatsvideo. Das waren eure Tendenzen im April und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Die Texte zu diesem Video gibt es als PDF-Dossier für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten! Für euch beginnt am 5. April ein Romantik-Highlight. Und da habe ich noch einen Tipp für euch. Es gibt das schriftliche Partnerhoroskop als PDF jetzt mit 30% Romantik-Rabatt. Da könnt ihr dann nachschauen, wie ihr zu eurem Schwarm passt. Den Link findet ihr auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Der Monat geht gleich los mit dem Neumond im Widder am 1. April und der aktiviert bei euch den Bereich Gesundheit und Arbeitsalltag. Schaut doch mal, was da jetzt bei euch wichtig ist. Zum Beispiel könnt ihr um Heilung und Eingebungen bitten, wenn ihr wiederkehrende gesundheitliche oder seelische Probleme habt. Oder ihr nehmt das als Start, falls ihr eure Ernährung umstellen oder etwas in eurem Alltag verändern wollt. Für manche von euch steht es nun an, genauer zu schauen, ob Gesundheitsprobleme daran liegen könnten, dass die Arbeit oder die Arbeitsumgebung irgendwie schädlich ist. Das kann euch auch nahelegen, euch in diesem Mondzyklus nach einem neuen Job umzusehen. Über solche Art Themen könnt ihr zum Neumond meditieren. Für viele Skorpione, vor allem Skorpion-Ascendenten, ist auch zu Hause eine Menge los. Beispiel aus meinem Leben. Meine Tochter ist Skorpion-Ascendent und wir haben eine ukrainische Familie bei uns aufgenommen und dadurch hat sich ihr Lebensalltag natürlich auch sehr verändert und es gibt viel zu tun und zu organisieren. Ist bei euch auch viel los? Diese Aufregungen sollten sich aber bis Ostern wieder beruhigen. Entweder ihr habt euch daran gewöhnt und darauf eingestellt oder ihr habt etwas so verändert, dass nun alles besser läuft. Am 5. April geht die Venus in die Fische und läutet ein romantisches Highlight für euch ein, das bis Anfang Mai geht. Eure sinnliche Kreativität ist dann geweckt und das ist sowohl für eure bestehenden Beziehungen bereichernd als auch um zu flirten und etwas Neues anzufangen. Die Konstellationen sind außerdem auch sehr schön für das Familienleben und mit Kindern. Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr jetzt Fortschritte bei euren Herzensprojekten machen und hättet auch Freude an einem Hilfsprojekt. Auch euer Partnerhaus wird stark aktiviert, das heißt die Chancen, neue Leute kennenzulernen, sind groß. Beruflich scheint, wie gesagt, einiges im Umbruch für euch zu sein, vor allem was eure Arbeitsroutinen und Abläufe angeht. Möglich ist auch, dass ihr im Job für erkrankte Kollegen einspringen sollt und dann müsst ihr schauen, wie das zu eurer Osterplanung passt. Am angenehmsten läuft es für alle Skorpiongeborene, die einen kreativen Job haben oder selbstständig arbeiten und sich ihre Zeit selber einteilen können. Allen anderen würde ich raten, die Osterferien ausgiebig auszukosten. Über Ostern passiert kosmisch eine Menge. Am Karfreitag, den 15. wechselt der Mars in die Fische und bildet dann für sechs Wochen sehr günstige Aspekte für euch. Das ist wie ein Strom feinstofflicher Energie, der euch stärkt, ein sanfter kosmischer Rückenwind. Am gleichen Tag wechselt die Lilith in den Krebs und bildet für neun Monate Harmonie-Aspekte für euch. Das lässt euch eure urigen Instinkte stärker wahrnehmen und dadurch fühlt ihr euch freier. Liebesbeziehungen können abenteuerlicher und intensiver werden. Vielleicht verspürt ihr Lust, gemeinsam mit euren PartnerInnen auf Visionssuche zu gehen oder eine Reise zu einem spirituellen oder magischen Ort zu unternehmen. Und Lilith zeigt, dass sich neue Kontakte mit Menschen aus dem Ausland und fremden Kulturkreisen ergeben können, die euch sehr inspirieren. Ihr könnt euch das auch nochmal in aller Ausführlichkeit in meinem Jahrbuch durchlesen. Der Vollmond am 16. April in der Waage aktiviert nochmal die Themen vom Neumond. Gesundheit und Heilung in Bezug auf eure täglichen Aufgaben. Die Vollmondphase ist sehr spannungsgeladen. Nehmt es nicht persönlich, wenn andere nun nervös und unruhig sind. Direkt nach Ostern habt ihr sehr gute Kreativ- und Finanzaspekte bis Ende des Monats. Vielleicht kommen dann berufliche Aufträge herein und es kann sich lohnen, direkt zuzuschlagen. Am 20. April geht die Sonne in den Stier und aktiviert dann für vier Wochen euer Partnerhaus. Das bringt gesellige Gelegenheiten und die Möglichkeit, neue Flirts anzufangen. Um den 24. herum kann es Sorgen um ein älteres Familienmitglied geben. Da müsst ihr gegebenenfalls Verantwortung übernehmen. Aber abgesehen davon sind die Aspekte bis zum Monatsende harmonisch und liebevoll. Der zweite Neumond dieses Monats im Stier fällt in euer Partnerhaus und kann den Solo-Skorpionen eine neue Liebe bescheren. Es sieht nach einem schönen Tanz in den Mai für euch aus, vorausgesetzt, dass wir dieses Fest feiern wollen und dürfen. Das waren eure Tendenzen im April und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Alle Texte zu diesem Video gibt es als PDF-Dossier für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Freut euch auf einen Neumond der Kreativität und der Heilung. Und falls euch gerade Liebesfragen beschäftigen, habe ich hier noch einen Tipp für euch. Das schriftliche Partnerhoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30% Romantikrabatt. Da erfahrt ihr dann, wie ihr mit eurem Liebespartner zusammenpasst. Den Link findet ihr auf der Infokarte oder in der Videobeschreibung. Am 1. April ist Neumond im Widder und der aktiviert bei euch den Bereich der Lebensfreude und Kreativität, wo auch Chiron steht, der verwundete Heiler. Falls ihr zum Beispiel Hemmungen spürt, euch kreativ auszudrücken, kann euch dieser Neumond neue Inspirationen schenken. Vielleicht zeigt Chiron auch, dass euer Liebesleben kompliziert ist. Dann kann es jetzt eine Wende geben. Und wenn ihr Kinder habt, steht es möglicherweise an, dass ihr euch für sie einsetzt und ihnen den Rücken stärkt. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass ihr durch ein Liebeserlebnis oder eine besondere erotische Verbindung nun energetische Heilung erfahrt. Spürt mal rein, was da bei euch los ist und widmet euch diesem Thema zu Neumond. Und die ersten guten Impulse könnt ihr vielleicht schon bis Mitte des Monats umsetzen, vor allem wenn ihr kreativ arbeitet. Beruflich ist die erste Monatshälfte produktiv, vor allem für die Schützen, die schreiben, in einem Lehrberuf tätig sind oder therapeutisch arbeiten. Auch Marketing und Verkauf stehen unter guten Sternen. Für die Festangestellten Schützen gab es im März vermutlich viel Unruhe und unerwartete Aufgaben. Aber jetzt läuft es wieder runder und falls neue Abläufe eingeführt wurden, gewöhnt ihr euch nun langsam dran. Auch falls ihr gesundheitlich angeschlagen oder irritiert wart, sollte sich das nun wieder bessern. Ab dem 5. April wandert die Venus durch die Fische und damit durch den privaten Bereich bei euch. Das zeigt innige Momente mit euren Lieben an und wahrscheinlich freut ihr euch darauf, wenn ihr Osterferien mit der Familie machen könnt. Finanziell ist in der ersten Monatshälfte noch Zurückhaltung angebracht. Nach Ostern sieht es dagegen besser aus. Vielleicht erhaltet ihr von der Familie ein Finanzgeschenk oder ihr könnt durch eine Extraschicht an eurer Arbeitsstelle ein Plus erwirtschaften, zum Beispiel durch eine Urlaubsvertretung. Über Ostern kommt eine kosmische Energiewende. Der Mars wechselt am Karfreitag, den 15. April, in die Fische. Das ist an sich eine sanftere Energie. Er steht aber trotzdem die nächsten sechs Wochen etwas stressig zu eurer Sonne. Und er aktiviert während dieser Zeit auch euren privaten Bereich, wo auch schon die Venus steht, und bringt tendenziell etwas Unruhe in euer Heim- oder Familienleben. Weil Mars in den Fischen auch tätige Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft anzeigt, könnte es sein, dass ihr überlegt, Menschen in der Krise zu helfen. Vielleicht sogar bei euch zu Hause. Macht euch dann vorher schlau, was euch da erwartet und sprecht euch mit allen MitbewohnerInnen und Betroffenen ab. Die Sterne stehen durchaus günstig für liebevolle Hilfsmaßnahmen und vielleicht braucht auch ein Mitglied eurer eigenen Familie Hilfe und Zuwendung. Auf jeden Fall wäre das dann eine schöne und spirituelle Erfahrung für euch. Ebenfalls am 15. April geht die Lilith in den Krebs und aus dem direkten Spannungsaspekt zu euch heraus. Wenn ihr in den kommenden Monaten merkt, dass weniger gestritten und geneckt und provoziert wird und euch Leute, vor allem Frauen, wieder friedlicher oder weniger anstrengend vorkommen, kann das damit zu tun haben. Am 16. April ist Vollmond in der Waage. Der würde sich sehr gut für ein Ritual für eure Schöpferkraft eignen. Vielleicht melden sich dann auch Freunde bei euch, die eure Unterstützung brauchen und dann helft ihr gerne. Am 20. April frühmorgens geht die Sonne dieses Jahr in den Stier und das bringt für vier Wochen Energie und wichtige Entscheidungen für euren Berufsalltag. Passt bitte um den 24. herum auf, was ihr sagt, um Kolleginnen oder Vorgesetzte nicht vor den Kopf zu stoßen. Vielleicht bekommt ihr auch jemand Neues in eurer Abteilung und die Person könnte für euch sehr wichtig werden. In den nächsten Wochen kommt ihr im Job weiter, indem ihr im richtigen Augenblick die richtigen Leute trefft. Deshalb solltet ihr personellen Änderungen und neuen KollegInnen gegenüber aufgeschlossen sein. Das zeigt auch der Neumond im Stier am 30. April, der diesen Bereich aktiviert. Möglich auch, dass ihr im nächsten Mondzyklus endlich die Ärztin oder den Heiler oder eine neue Heilmethode findet, die genau zu euch passen. Mehr dazu erfahrt ihr im nächsten Monatsvideo. Das waren eure Tendenzen im April und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Alle Texte zu diesem Video findet ihr als PDF-Dossier auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Ihr habt ein schönes Liebes-Highlight im April und dazu habe ich einen Tipp für euch. Das schriftliche Partnerhoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30 Prozent Romantik-Rabatt. Da könnt ihr dann schauen, wie ihr mit eurem Schatz oder eurem aktuellen Schwarm zusammenpasst. Den Link dazu findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im April haben wir gleich am 1. den Neumond im Widder und der aktiviert bei euch den privaten Bereich eures Horoskops. Hier gibt es viele neue Impulse und möglicherweise auch etwas zu heilen, denn hier steht längerfristig auch Chiron. Ich selbst habe ja zum Beispiel eine ukrainische Familie bei mir aufgenommen und versuche damit im Rahmen meiner Möglichkeiten zu einer Linderung des Leids der Menschen beizutragen, die jetzt in Not geraten sind. Das wäre eine Möglichkeit, Chiron auszuleben. Vielleicht kümmert ihr euch auch um ein erkranktes Familienmitglied. Möglich aber auch, dass eure Wohnsituation schwierig ist und eine Art Heilung erfahren muss. Und für manche Steinböcke geht es vielleicht auch darum, sich mit den eigenen Wurzeln oder den Ahnen zu verbinden und im Familiensystem etwas zu heilen. Wenn ihr solche oder ähnliche Themen habt, könnt ihr dazu in einem Ritual um Stärkung und Klarheit bitten. In der Liebe bringt euch die Venus ab dem 5. April und bis zum 2. Mai wunderschöne Impulse. Eure Fantasie ist angeregt, sowohl für liebevolle Kommunikation als auch beim Kennenlernen von Menschen, sodass ihr entspannt und attraktiv auf andere zugehen könnt. Und die suchen aber auch eure Nähe. Wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr im April eine kleine Reise zu zweit oder auch den gemeinsamen Genuss von Kunst und Kultur einplanen, zum Beispiel in den Osterferien. Finanziell beginnt der Monat mit etwas angespannten Konstellationen. Falls es da noch eine Blockade gibt, sollte die sich aber im Laufe des Monats wieder auflösen und das Geld sollte hereinkommen, wahrscheinlich sogar noch vor Ostern. Beruflich läuft es insgesamt gut, besonders wenn ihr schreibend oder mit Worten tätig seid, einen Lehrberuf habt, im Verkauf arbeitet oder auf andere Weise viel im Kontakt mit Leuten seid. Auch wichtige Gespräche und Konzepte stehen unter guten Sternen. Ihr versteht es mit Freundlichkeit und Charme zu überzeugen. Die Planeten in den Fischen zeigen auch, dass ihr jetzt gerne helft und euch engagiert. Besonders gut seid ihr darin, Leute miteinander in Kontakt zu bringen und ihr packt da an, wo es etwas zu organisieren gibt. Um den 10. April herum kann es zu Anspannungen in der Familie oder in Wohnungsfragen kommen, besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Und Höhepunkt ist dann der Vollmond am 16. April. Versucht, Konfliktgespräche auf die Zeit nach Ostern zu verschieben. Dann sind die Sterne harmonischer. Ostern selbst ist einiges los am Himmel. Am Karfreitag, den 15. wechselt der Mars in die Fische und sendet euch dann für sechs Wochen günstige Impulse, die euch geistig stärken und beruflich unterstützen. Ebenso, wenn ihr euch helfend und sozial engagiert. Am gleichen Tag wechselt die Lilith das Zeichen und geht in den Krebs. Und das ist wichtig, denn sie aktiviert dann in den kommenden neun Monaten euer Partnerhaus. Das bringt Aufregung möglicherweise auch Unruhe in euer Beziehungsleben. Lilith möchte, dass ihr authentischer zu euren Gefühlen und Herzenswünschen steht. Das wird vor allem in der Begegnung geschehen, beispielsweise in eurer Partnerschaft oder durch eine neue Liebesaffäre. Auch Konkurrenzsituationen, vor allem mit Frauen, sind denkbar und können tiefe Instinkte von Leidenschaft und Verteidigungsbereitschaft in euch wecken. Dabei geht es darum, dass ihr wahrnehmt, wie viel Wildheit in euch selbst steckt. Wo neigt ihr dazu, euch zu sehr anzupassen, um im Leben etwas zu erreichen? Das ist die Frage, die Lilith euch stellen wird. Der Vollmond am 16. April in der Waage steht angespannt zur Steinbocksonne. Gut möglich, dass ihr dann das dringende Bedürfnis habt, euch mal zurückzuziehen oder auch zu zweit mit eurem Schatz. Vielleicht lässt sich das ja einrichten. Am besten, ihr macht nicht zu viele ehrgeizige Pläne für Ostern, die euch noch zusätzlich stressen. Bei euch ist eh genug los. Es wird aber bald wieder ruhiger und ab dem 20. April, wenn die Sonne in den Stier geht, habt ihr für den Rest des Monats auf allen Ebenen günstige Aspekte. Egal, ob ihr dann beruflich wieder durchstartet oder eure Osterferien später im April liegen, ihr erlebt eine harmonische Zeit. Für Solo-Steinböcke ist das die beste Zeit zum Flirten. Der zweite Neumond des Monats am 30. April im Stier regt eure Liebeslust und Lebensfreude an. Auch der Tanz in den Mai, wenn er denn stattfinden kann, steht für euch unter guten Sternen. Das waren eure Tendenzen im April und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das PDF-Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten! Anstrengende Wochen liegen hinter euch und ihr freut euch wahrscheinlich auf die Osterferien. Falls ihr jemand Neues kennengelernt habt oder Liebesfragen euch beschäftigen, habe ich einen Tipp für euch. Es gibt jetzt das schriftliche Partnerhoroskop als PDF mit 30% Romantik-Rabatt. Den Link dazu findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den April und der Monat startet gleich am 1. mit dem Neumond im Widder. Der steht günstig für euch und macht euch neugierig und zugleich erfinderisch, auch und gerade in Bezug auf Themen, die es in eurem Privatleben oder auch in der Welt zu heilen gilt. Denn hier steht auch heiler Planet Chiron. Wenn ihr euch gesellschaftlich engagiert oder therapeutisch tätig seid, ist das ein sehr inspirierender Neumond, der euch wahrscheinlich auch nachdenklich stimmt und euch das Leid und die Probleme der Welt stärker spüren lässt. Aber dadurch werdet ihr eben auch besser und verständnisvoller für eure PatientInnen oder KlientInnen. Möglich ist auch eine Neuausrichtung in eurem Job, vor allem falls ihr mit Wissensvermittlung oder Nachrichten zu tun habt. Wenn ihr die ganze Zeit etwas tut, was eigentlich gegen eure innere Überzeugung ist, kann euch dieser Neumond das nun bewusst machen und vielleicht wird es Zeit, euch nach einem anderen Wirkungsfeld umzusehen. Auf jeden Fall könnt ihr alte Glaubenssätze abstreifen und ein heilendes Neumondritual durchführen. Beruflich befindet ihr euch in einer durchsetzungsstarken Phase und die hält auch noch an bis Ostern. Ihr könnt gut verhandeln und wirkt seriös und überzeugend. In der Liebe habt ihr noch bis Ostern weiterhin gute Flirtsterne und seid auch geneigt, die Initiative zu ergreifen, wenn euch jemand wichtig ist. Insgesamt wird die Stimmung allmählich ein bisschen weicher und romantischer. Ihr wünscht euch anzukommen und ohne großen Einsatz akzeptiert zu werden. Langfristig habt ihr ja weiterhin Uranus in eurem privaten Bereich stehen. Das bedeutet, was Heimat, Wohnen und Familie angeht, kommt ihr nicht recht zur Ruhe. In der ersten Aprilhälfte bekommt ihr dort aber Unterstützung und Entspannung und ihr lasst euch gerne mal aufs Sofa plumpsen und von euren Lieben verwöhnen. Die Ostertage sind dann schon wieder recht anregend. Es sieht nach unerwartetem Besuch aus, vielleicht von einem Geschwister oder nach aufregenden Neuigkeiten, entweder aus der Familie oder auch bezüglich einer Wohnungssuche. Also, wenn da wichtige Sachen laufen, solltet ihr vielleicht Ostern lieber vor Ort sein. Am Karfreitag, den 15. April, spürt ihr eine wichtige Energiewende, denn dann geht der Mars aus dem Wassermann heraus und weiter in die Fische. Das kann mit einem Gefühl der Beruhigung einhergehen. Vielleicht macht sich dann aber auch echte Erschöpfung breit, weil ihr euch in den Wochen zuvor so ausgepowert habt. Der Mars geht dann für sechs Wochen durch euer Geldhaus. Das kann dabei helfen, eure Finanzen auf Vordermann zu bringen oder Gelder einzutreiben, die euch zustehen. Vom 15. bis 24. April habt ihr insgesamt gute Finanzaspekte. Vielleicht erhaltet ihr eine überraschende Zuwendung aus der Familie oder es kommt eine Finanzspritze durch eine Vermietung herein. Ebenfalls am 15. April wechselt die wilde Lilith das Zeichen und wandert in den Krebs. Für neun Monate läuft sie dann durch euer sechstes Haus des Arbeitsalltags und der Gesundheit. In beiden Bereichen können nun Frauen und deren Bedürfnisse für euch wichtig werden, zum Beispiel KollegInnen oder HeilerInnen. Vielleicht wollt ihr auch euren Alltag durch Methoden und Rituale aus dem schamanischen Heilwissen oder dem Jahreskreis der Göttinnenfeste erweitern. Am Ostersamstag, den 16. April ist Vollmond in der Waage. Schaut doch dann nochmal zurück auf eure Neumond-Meditation. Vielleicht erhaltet ihr schon neue Erkenntnisse oder Ergebnisse bezüglich dem, was ihr zum Neumond begonnen habt. Insgesamt bleiben eure Familie, Heimat und Wohnungsthemen wichtig, denn am 20. April frühmorgens geht die Sonne in den Stier und aktiviert für weitere vier Wochen diesen Bereich. Dort findet auch am 30. April der zweite Neumond des Monats, nämlich im Stier, statt und verweist auf wichtige neue Entwicklungen in eurem Privatleben. Vielleicht erhaltet ihr Familienzuwachs oder ihr zieht um oder ihr findet ein Haus oder eine Wohnung. Generell wird vieles darüber laufen, dass ihr die richtigen Leute im richtigen Moment trefft. Vielleicht auch innerhalb eurer Familie. Deswegen der Tipp, redet mit MitbewohnerInnen und Familienmitgliedern über eure Vorhaben. Das waren eure Tendenzen im April und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Alle Texte zu diesem Video gibt es als PDF-Dossier für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ihr habt ein geniales Romantik-Highlight vor euch, denn die Liebesplaneten werden durch euer Zeichen laufen. Deswegen ist dieser Tipp für euch vielleicht interessant. Es gibt das schriftliche Partner-Horoskop als PDF jetzt mit 30% Romantik-Rabatt. Da könnt ihr schauen, wie ihr mit eurem Schwarm zusammenpasst. Den Link dazu findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Konstellationen und als erstes auf den Neumond im Widder am 1. April. Der aktiviert bei euch den Wertebereich und da steht langfristig auch Chiron. Deswegen ist das Thema eures Selbstwerts und ob ihr euch gut genug verkauft über lange Zeit wichtig. Und dieser Neumond rückt das jetzt nochmal ins Bewusstsein. Ihr könnt darüber nachdenken, was ihr braucht, um euch innerlich und äußerlich reich zu fühlen, ob ihr genug Wertschätzung erhaltet und ob ihr euch eure gute Arbeit auch gut bezahlen lasst. Wenn ihr Schwierigkeiten damit habt, Geld in euer Leben zu ziehen, könnt ihr mit Hilfe von Chiron auch herausfinden, ob vielleicht eine alte seelische Verletzung oder ein Kindheitstrauma dazu führt, dass ihr euch nicht wertvoll empfindet oder dass ihr Glaubenssätze habt, die den Geldfluss behindern. Das hängt nämlich alles miteinander zusammen. Deswegen könnt ihr zum Beispiel in einem Neumondritual um Fülle und Reichtum für euer Leben bitten. Und es kann gut sein, dass sich schon diesen Monat etwas davon verwirklicht. Denn ihr habt exzellente Finanzaspekte und solltet vielleicht tatsächlich mal Lotto spielen. Besonders vielversprechend sind hier die Tage vom 14. bis 19. April. Am 5. April läuft die Venus in euer Zeichen und läutet das versprochene Liebeshighlight ein und zwar bis zum 2. Mai. In dieser Zeit kann euch kaum jemand widerstehen. Ihr wirkt anziehend und scheint das Geheimnis des Glücks gepachtet zu haben. Menschen suchen eure Nähe und ab dem 15. April geht ihr auch selbst mutig auf andere zu. Singles ergreifen dann die Flirtinitiative. Die Zeit ist auch günstig, um euch selbst etwas Gutes zu tun und ein paar schöne neue Teile für die Garderobe zu erwerben, in denen ihr euch wohlfühlt und umwerfend aussieht. Wenn ihr Geschwister habt, dürft ihr mit angenehmen Überraschungen rechnen, vielleicht ein Besuch zu Ostern. Auch mit euren Nachbarn und eurem Wohnumfeld habt ihr ein gutes Auskommen. Beruflich habt ihr im März ebenfalls günstige Tendenzen, besonders wenn es darum geht, andere zu überzeugen, Präsentationen zu machen, wenn ihr mit Sprache und Wort zu tun habt, zum Beispiel in einer Lehrtätigkeit oder wenn ihr therapeutisch tätig seid. Eigentlich überhaupt bei allem, wo ihr viel Kontakt mit Leuten habt. Es gelingt euch jetzt, die richtigen Worte zu finden, um viel Wirkung zu erzielen. Außerdem habt ihr auch sehr gute und kreative Ideen. Auch wenn ihr Osterferien machen wollt, solltet ihr euch Smartphone und Notizbuch bereithalten, um eure Ideen und Konzepte zu notieren, damit ihr sie nicht vergesst. Am Ostersamstag, dem 15. April, passieren zwei wichtige Dinge. Der Mars geht in die Fische und aktiviert dann für sechs Wochen eure Kräfte und lässt euch die Initiative ergreifen. Gut möglich, dass ihr dann den Impuls verspürt, euch helfend einzusetzen, wenn ihr das nicht sowieso schon tut. Und Lilith wechselt das Zeichen und geht in den Krebs. Sie wird dann für die kommenden neun Monate eure Kreativität und Schöpferkraft anregen. Vielleicht habt ihr ein Herzensprojekt, was ihr bisher mit Rücksicht auf andere immer zurückgestellt hattet. Lilith wird euch dabei unterstützen, es endlich zu verwirklichen. Wenn ihr künstlerisch arbeitet, dürft ihr euch auf eine besonders inspirierte Phase freuen. Am 16. April ist Vollmond in der Waage und da könnt ihr nochmal über euer Wertethema vom Neumond nachdenken. Und dabei geht es dann auch um eure Beziehungen, zum Beispiel um den gemeinsamen Besitz, aber auch, ob ihr die gleichen moralischen Werte habt. Ihr könnt dann über alles mit euren Liebsten reden, denn ihr habt für den Rest des Monats sehr harmonische Aspekte für liebevolle und klärende Gespräche. Am 20. April, frühmorgens geht die Sonne in den Stier und aktiviert dann euer drittes Haus der Ideen und Kontakte. Und da findet auch der Neumond vom 30. April mit der Sonnenfinsternis statt. Für euch wird es ein Neumond der Inspirationen und der besonderen Eingebungen. Je nachdem, wie der Tanz in den Mai dieses Jahr ausfällt, sehe ich euch bei einer Friedensmeditation im Freundeskreis oder auch online mit Gleichgesinnten. Wenn wir aber feiern können, würdet ihr dabei großen Spaß haben und viele Fische-Singles hätten Chancen auf einen Mai bauen. Mehr zur Sonnenfinsternis erfahrt ihr dann im nächsten Video. Das waren eure Tendenzen im April und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Die Texte zu diesem Video gibt es als PDF-Dossier zum Download für kleines Geld auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Willkommen zum Serviceteil mit meinen Terminen, Tipps und mit der Verlosung. Meine schriftlichen Horoskope und Beratungen findet ihr auf meiner Homepage. In diesen Horoskopen erfahrt ihr, welche kosmischen Einflüsse nicht nur auf euer Sternzeichen, sondern auch auf die andere Planeten eures Horoskops wirken. Eine tägliche astrologische Begleitung gebe ich euch außerdem auf Instagram. Da gibt es jeden Tag tolle Bilder und Posts zur kosmischen Tagesenergie. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch dort unter Antonias Sterne folgen würdet. Einen ganz besonderen Livestream gibt es am Dienstag, den 29. März um 21 Uhr. Dann sende ich live aus Arizona und mache ein Interview mit Ray Merriman zum Neumond im Widder und zur Weltlage. Das wird in Englisch sein, aber es wird deutsche Untertitel geben. Das ist mal was ganz Neues, passend zum Neumond im Widder und ich freue mich schon sehr darauf. Das Gewinnspiel findet aber trotzdem statt. Meldet euch dafür bitte wie gehabt vorher auf meiner Homepage an. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir kommen zur monatlichen Verlosung. Diesmal gibt es mein beliebtes Geburtshoroskop als PDF zu gewinnen. Wenn ihr mitmachen wollt, abonniert bitte meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und postet mir hier, wie es euch mit meinen Horoskopen ergeht, wie sie zu euch und dem passen, was ihr erlebt habt und natürlich welches Sternzeichen ihr seid, damit ich was davon lernen kann. Wer gewonnen hat, das gebe ich im Video für den April bekannt. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch mein Special zum Ukraine-Konflikt, wenn ihr mehr über die Horoskope von Wladimir Zelensky, Wladimir Putin und der Ukraine wissen wollt. Und Inspirationen für euer Mondritual findet ihr im Beitrag Göttinnen-Neumond. Alles Gute mit den Sternen!